Gut, ich werde jeden jetzt mit meiner Melone kaputt schlagen. Hier sind noch mehr Melonen. Melonen sind immer sehr, sehr wichtig übrigens. Willkommen zurück zum kleinen Varro-Training mit dem Carscrafter zusammen. Hallo. Und wir werden eine Runde Survival-Games spielen. Morgen spiele ich mal mit dem Holly. Ich wollte nur mal gucken. Warum komm aus dir Herzen raus? Ich kann ein Herzchen pupsen. Krass. Wir machen mal ein bisschen Training, weil ich will mir die Tipps von ihm snacken. Und dann lerne ich die Holly. Und geht los. Auf der Map-Highway, auf dem Gommes-Server. Bann. Ach, das hier sind Teams verboten, ne? Oh, nein, ich habe den Stick nicht bekommen. Ach, scheiße. Ich habe gar nichts bekommen. Oh, der Stick wäre so doll gewesen. Ich habe einen Kompass. Ich habe das Gefühl, ich springe immer die ganze Zeit her, aber ich finde hier gar nichts. Nee, ich glaube, ich gehe jetzt in den Wald einmal. Ich auch. Ich gehe jetzt einfach mal hier rüber. Obwohl, da sind überall Leute. Oh, Mann. Na gut, hinter mir ist gar nicht. Ich habe eine Melone gefunden. Melone ist schon mal gut. Okay, Schutzzeit ist zu Ende. Gut, ich werde jeden jetzt mit meiner Melone kaputt schlagen. Hier sind noch mehr Melonen. Melonen sind immer sehr, sehr wichtig übrigens. Da war die Kiste, oder? Ja. Ich habe keine. Oh, ja. Was hast du denn für eine Map-Highway? Ähm, Autobahn. Ja, aber sind hier keine Kisten so? Boah, ich habe eine Kiste gefunden. Krass. Oh, eine Kiste. Hier gibt es nur richtig wenig Kisten, aber wenn du eine findest, dann ist da geiler Stuff drin. Ja, dann ist da ein Holzschwert drin. So, wie man das will. Wie komme ich denn da rüber? Ach so, hier. Äh, äh, äh. Warte auch nicht. Ich gehe mal in den Turm rein. Also, ich muss sagen, die Map habe ich vorhin noch nicht gespielt. Ich bin sehr gespannt, was ich hier finden werde. Wahrscheinlich nichts und werde mich dann da oben ärgern und einfach runterspringen und tot sein. Oh nein, er hat ein Steinschwert. Nein. Man hört. Oh. Hast du gewonnen? Ja. Boah, Alter. Das war wohl krass bei dir. Ja. Was hat man das so schnell, so laut gehört? Oh, da kommt noch mal einer. War ich Pfeile? Nee, natürlich nicht. Oh, also die Kiste hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber das ist noch mal einer. Vielleicht kann ich die zusammen... Eisenhose, Eisenschuhe und Steinschwert. Und ein XP-Bottle. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Ich sehe Wasser. Ich brauche nur ein einmal ein Feld Wasser. Wird mir ja schon reichen. Okay, er verfolgt mich nicht mehr. So, jetzt wird hier aufgeräumt. Hast du denn Tipps für unsere Zuschauer? Immer zeigen, was man für eine Waffe hat. Genau, und immer die Targets... Beide Targets gleichmäßig angreifen, ne? Habe ich ja schon mal gemacht. Also einmal den einen hitten, dann wieder den anderen. Sodass man keinen töten kann, aber beide geschwächt sind. Genau. Und ihr eventuell eine Chance auf einen Double... Genau. ...Double-Kill habt. Oh, guck mal, wer da ist. Äh, warte, nicht töten. Hast du dich genickt eigentlich? War's nicht du, sonst hätt's jetzt, glaub ich, rumgeschrieben. Also ich hab mich jetzt mal, äh, geannickt. Okay, ich mach das auch mal ganz kurz. Ey, Alter, ich will nicht... Oh, hinter mir ist einer, ey. Alter, ich will nicht... Oh, mein Gott. Wir haben nur drauf gewartet, bis, äh, bis du dich anlegst. Krass, Alter, ey. Krass, Alter, ey. Guck mal, vielleicht ist das ja der Peter. Na? Ich muss da ganz schnell hier hoch, während ich regeneriere. Loll. 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 Oh, man hört... Stier, Mann! Oh, sehr gut. Und wer sneaken? Regenerieren. Wo ist der Turm? Ne, es sind mehrere so Türmen. Ich glaub, das sind so Windräder. Tipp ich jetzt mal drauf. Oh, das war wieder spannend, Alter. Ich werd ja mal voll nervös bei so Kämpfen. Jetzt gehen wir mal runter und holen uns den nächsten. Oh. Aber was mich da... Was mich noch glücklich machen würde, wär so ein Diaschwert. Mann, kann ich keine Pfeile haben, ey? Hast du auch keine Pfeile? Ne. Ich sieg jetzt einfach hier und fang, bis er auch rinfallkommt. Der klettert gerade auf so ein... Guck mal, da ist er. Maha, bleib stehen! Wo ist denn hier einer? Oh, jetzt brenne ich. Ah, ja. Er hat noch ein Herz oder ein halbes oder gar keins mehr. Ich hasse das, wenn ich die Leute nicht töten kann. Und rennt dann weg, oder was? Ja. Und jetzt angelt er, damit ich auf Distanz bleib. Jetzt will er mich wieder anzünden. Oh, da ist einer. Wie heißt der? Murder? Master Juli. Hä? Wie hat der jetzt leck, blieb stehen. Da konnte ich die einmal hauen. Ja, ist immer so blöd. Wenn manche halt einen scheiß Ping haben oder wie auch immer, dann erwischt man die relativ gut nachher. Oder wenn man einen guten Ping hat. Ja, habe ich manchmal. Manchmal. Ach nee, da renntest du die ganze Zeit hier im Kreis. Oh, da ist jemand. Lol. Hä? Das ist ein Team. Ach, die Teamen? Ja. Ja. Okay, die werde ich gleich mal reporten danach. Kannst du nicht schreiben? Nee, ich bin tot. Wer war denn da? Sehr gut, ich habe sowieso die Aufnahme angehabt. Also ist ja egal. Äh, wo bist du denn hier? Ich bin im Hause. Debi alone. Ja klar bin ich alleine. Da steht dick und fett Teams verboten an der Seite. Hä? Haben die nicht verstanden. Ja, aber die werden reported, weil wenn man in einem Teams verboten Server Teams macht, dann wird man natürlich gebannt. Das sind ja wahrscheinlich die ganz lustigen Leute so, komm, wir klaschen zu zweit, jemand allein wirkt. Ja, wenn wir so einen Server mittlerweile machen, wir machen ja, dass wir uns nicht gegeneinander angreifen. Aber nicht, dass man zu zweit auf eigen geht oder sich die Sachen gibt oder so. Das ist super scheiße. Du hast voll viele Sachen jetzt hingeworfen. Ja, aber auch du. Ich hätte die beide töten können, ich bin nur hängen geblieben an der Seite. Oh, Deathmatch beginnt. Mein Gott. Wie viele sind denn noch da? Drei? Vier. Ja, genau. Da rennen alle auf dich. Guck mal, ich bleibe extra schnell, ich bewege mich nicht. Guck die dir mal an. Ah ne, jetzt kämpfen die, okay. Jetzt kannst du absnacken gehen. Warte. Na ja, immer schön, dass Target weg sind. Buste mich. Oh, der hat Teeltränke genommen. Ich auch. Block, block, block. TNT macht Auer. Gut. Oh, cool. Oh nein. Oh. Oh mein Gott. Er hat ihn nicht getroffen, er ist dumm. Okay, jetzt, jetzt gib ihm. Du bist gut ausgerüstet. 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 Fair, sagt er. Was ist denn fair? Ist doch schon fair. Ja, eben. Soll ich ihm deine Sachen geben, so? Oh, oh, oh. Jawoll. Oh. War das immer so mega spannend und aufregend. Ich glaube, wir könnten mal Varo, da hängt ja ein bisschen mehr dran. Da ist das immer ein bisschen aufregender. Oh. Krass. Aber gut, ich würde sagen, wenn euch die Runde gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, ich würde immer sagen, bis im morgigen Park. Tschüss. 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 Tschüss.